Aber auch das ist so, dass beim THW jeder prinzipiell alles gelernt hat. Das heißt, auch wenn du jetzt noch nicht irgendwelche Stiche, Bunde oder Knoten kannst, die wir als Grundlage auch haben, wird dir das beigebracht in der Grundausbildung und dann kannst du das. Hallo und herzlich willkommen bei Freiwillig Busy, dem Podcast über das Ehrenamt. Mein Name ist Nadine Haddad und ich bin heute für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unterwegs. In dieser Folge begrüße ich Tobias Klose vom Technischen Hilfswerk in Celle. Gemeinsam wollen wir das Ehrenamt stärken und euch zeigen, dass jede und jeder Einzelne sich mit den eigenen Fähigkeiten einbringen kann. Denn egal was du kannst, du kannst helfen. Hier sitzt mir Tobias gegenüber. Hallo Tobias. Hallo. Tobias, du bist einer der vier Preisträger in der Mitmachaktion Mein Moment im Ehrenamt. Welches Ehrenamt übst du aus? Was ist deine aktuelle Funktion und welche Aufgaben sind damit verbunden? Also ich bin beim THW seit jetzt fast 21 Jahren. Ich bin Zugführer der sogenannte. Das heißt, ich habe gewisse Gruppe unter mir, die ich zu delegieren habe, wo ich für die Ausbildung sorgen muss, die ich auch im Einsatz leiten muss oder darf. Und das ist der Fachzug Logistik. Das heißt, alles, was im Background eines Einsatzes erfolgt, von Instandsetzung, Verpflegung, wie auch immer, das ist dann als Führungskraft meine Aufgabe. Lass uns 21 Jahre zurückgehen. Du bist 21 Jahre ehrenamtlich tätig. Warum hast du angefangen und wie hast du angefangen? Ich war damals Zeitsoldat, hatte da Sanitätssoldat in Fassberg als meine Aufgabe und da gab es einen etwas größeren Unfall bei uns in der Ecke. Das war der ICE-Unfall in Eschede. Und da habe ich das THW zum ersten Mal wahrgenommen und habe mir dann nach meiner Bundeswehrzeit gesagt, okay, oder überlegt, was kannst du machen? Möchtest irgendwas in der Richtung weitermachen? Da habe ich die Feuerwehr mir angeschaut, weil ich da auch bei mir im Ort einige kannte. Das war mir aber dann da schon so ein bisschen zu stationär, zu statisch. Und da habe ich noch ein bisschen größer, ein bisschen weiterdenke. Okay, THW hat mich informiert und geguckt und bin da hingefahren, hat Bewerbungsgespräch geführt, unterschrieben. Und seitdem bin ich quasi fast jeden Donnerstag seit 21 Jahren dort unterwegs. Du bist gelernte Heizungsbauer. Was hat dich dazu bewogen, neben diesem Job jetzt deine Tätigkeit auch auszuüben? Freizeit ist ja ein hohes Gut und man überlegt dann, was Sinnvolles zu machen. Ich habe früher Fußball gespielt, Vaterfußball, Allewaldfußball, habe aber dann relativ fix gemerkt, es ist nichts für mich. Dann hat man geguckt, wie gesagt, was gibt es für Möglichkeiten. Die meisten fangen THW schon in der Jugend an, 10, 15, 16. Ich, wie gesagt, ziemlich spät nach meiner Bundeswehrzeit, hatte die Lehre fertig und habe überlegt, was kann ich Sinnvolles in meiner Freizeit einfach mal machen. Und da hat sich das THW tatsächlich angeboten. Du hast dich ja mit einer besonderen Geschichte beworben. Kannst du uns nochmal erzählen, mit welcher Geschichte du dich beworben hast und warum sie für dich so besonders ist? Beworben habe ich mit der Geschichte, das ist aus meinem tatsächlich ersten Auslandseinsatz in Sierra Leone. Mitte des Einsatzes irgendwo hatten wir eine Aufgabe in einem Hospital, ein bisschen weiter außerhalb der nächstgrößeren Stadt, Marqueni war das, den X-Ray, den Röntgenapparat zu prüfen und zu gucken, ist da noch was gangbar zu machen. Ich hatte Ersatzteile dabei und man fährt erst mal ein, zwei Stunden dorthin. Und beim Ankommen, beim Eintreffen war unser Fahrer dann rückwärts eingeparkt, damit ich dann so schön vernünftig ausladen kann. Und im gleichen Moment, wo sie ziemlich zeitnah kam, auf der direkt daneben anliegenden Ebola-Station, Schwester raus und hatte so ein kleines weißes eingepacktes Bündel im Arm, was weggebracht wurde, wo man weiß, okay, habe ich dann meinen Fahrer gefragt, ob ich jetzt richtig liege mit meiner Vermutung und das hat dann bestätigt, dass es tatsächlich ein Kind war, was die Nacht nicht überstanden hat aufgrund der Ebola-Erkrankung. Und da ist man dann schon erst mal so ein bisschen geschockt oder erst mal so ein bisschen ruhig und man führt dann die Arbeit trotzdem durch, die man da irgendwo vorhat, aber letztendlich beschäftigt das einen bis heute noch, wie gesagt, das ist jetzt nicht negativ und nicht positiv, so ein Part, der immer hängen geblieben ist. Es gibt noch andere kleinere, größere, aber das ist so eine kurze Sequenz, die dann in gewissen Situationen oder wenn man so ein Gespräch führt, dann wieder vor dem geistigen Auge tatsächlich auftaucht. Es war wahrscheinlich auch für dich eben in dem Moment so krass, weil du mit sowas einfach noch nie konfrontiert warst. Also noch nie konfrontiert ist nicht ganz richtig klar aufgrund meiner Arbeit als Sanitätssoldat, hat man in ähnlicher Form oder Weise schon mal gesehen, gehört, Videos, Bilder auch vielleicht live und in Farbe. Aber in diesem Kontext, dass man eigentlich da ist, technische Hilfe zu leisten, irgendwas zu reparieren. Wir haben ja nicht nur ein Röntgenapparat, der Bild, auch Pumpen aufgebaut und Notstromversorgung. Und dann kommt man morgens total unbedarfter ran, will was machen und auf einmal sieht man sowas und wird nach unten gezogen. Dann wird man wieder so zurückgebracht in die Realität, was man für Aufgaben hat und was aber trotzdem nebenbei passiert. Rettungssanität, da hat es vielleicht tagtäglich, aber für uns als Ehrenamtliches, die für den technischen Support im Ausland meistens zuständig sind oder zum Großteil, war das schon so ein kurzer Moment, wo man einfach wieder mal geerdet wurde. Also mal kurz so ein, ich will nicht sagen Schockmoment, aber da hat man wieder mal kurz drüber nachgedacht und überlegt. Und ja, man muss sich einmal durchatmen. Für was für einen Einsatz warst du genau in Sierra Leone? Sierra Leone war eine UN-Mission unter dem Kontext oder aufgrund der Ebola-Pandemie und wir waren dort für den technischen Support. Das heißt, die ganzen anderen Akteure, die weltweit dort auch in Sierra Leone aktiv waren, wie Oxfam, wie USAID, alle anderen Länder, die ihre Organisation dorthin geschickt haben, haben aber im Großteil immer nur medizinisches Personal. Nichts für Technik, nichts für Reparaturen, nichts für Facility, alles was damit zusammenhängt. Und das ist dann unsere Aufgabe, vor allen Dingen dort, um wirklich dann in der Richtung alles zu unterstützen, zu supporten von Aufbau einer Notstromversorgung, von Wiederinstandsetzung von irgendwelchen Brunnenpumpen, von Reparatur von einer Chloridverteilung in einem Treatment Center. Also alles, was sich um Technik dreht, das ist dann unsere Aufgabe und das ist dann auch bekannt bei den anderen Organisationen. Und wir werden dann, oder wir wurden dann vor Ort dann auch angerufen, kontaktiert, hier könnt ihr heute mal das machen, wir brauchen hier mal eine Unterstützung, da geht der Strom nicht, dort haben wir neue Aggregate, die müssen mal verkabelt, verdrahtet werden, whatever, so in der Richtung. Also alles, was wirklich im technischen Bereich aufläuft und gemacht werden muss. Wie kam es dazu, dass du dich für einen fünfföchigen Einsatz in Sierra Leone entschieden hast? Hattest du schon Kinder? Ja, alle drei. Alle drei waren schon da, fünf Wochen weg. Letztendlich ist das wie bei vielen nachfolgenden Missionen auch gewesen oder Einsätzen. Es kommt eine Abfrage, wer kann, wer hat Interesse, wer passt vielleicht auch in den Aufgabenbereich, das so umzusetzen. Dann kann man sein Zeitfenster, wo es möglich wäre, mitteilen, eine THW-Leitung. Und wenn dann alles andere auch passt, so vom Gesundheitszustand von den Impfungen und, 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 dann wird gesagt, ja, jetzt schicken wir dich dorthin. Das ist natürlich vorher eine Absprache mit dem Arbeitgeber, mit der Familie, weil es ist jetzt nicht irgendwo, wie jetzt in Jordanien, dann daneben stehen und ein bisschen Mentoring machen, auf Deutsch gesagt, sondern es ist tatsächlich eine hoch ansteckende Krankheit in Sierra Leone, sehr weit weg. Man ist nicht mal schnell innerhalb der nächsten ein, zwei Stunden zu Hause, wenn irgendwas ist. Und wie gesagt, es waren fünf Wochen, wo man vielleicht abends mal, wie möglich, hatte zu schreiben, also per Mobile da irgendwie in Kontakt treten konnte. Ansonsten war fünf Wochen Ruhe. Das ist für beide Seiten ist das schon herausfordernd. Aber es ist, ja, meine Familie sagt mittlerweile, es gibt so einen gewissen Modus dann, wo ich sage, okay, ab jetzt ist Einsatz. Und dann ist man auch ein bisschen anders unterwegs, gedanklich und kommunikativ. Und sag mal, konntest du dich davor schon gegen Ebola impfen lassen? Nein, nein, nein. Also es gab dann, das Einzige, was es gibt in solchen Sachen oder damals gab, war Malaria. Das heißt, wir mussten jeden Tag Malaria-Prophylaxe, also einmal Tablette schlucken und jeden Morgen und jeden Abend Fieber messen. Und dann natürlich auch ganz, ganz wichtig, den Kontakt zu möglichen versierten Ebola-Infizierten meiden. Das ist bei uns auch ganz gut gelungen. Klar, logisch, weil im technischen Bereich ist ja meist im Background, ist ja nicht vorne direkt mit den Leuten in Kontakt, sondern eher so im Background. Aber dafür gab es im Vorfeld auch bei der THB-Leitung so ein, zwei Tage, wo man auch mal richtig gelernt hat, Hände zu waschen. Seitdem wasche ich mir auch seit diesem Einsatz ganz anders die Hände wie vorher. Das ist einfach so. Oder wie man dann so einen Vollschutzanzug einfach mal im Notfall doch anlegt, wenn man da zu nah dran muss, wie auch immer. Aber darauf wurde ganz, ganz großen Wert gelegt, hat auch Tuba geklappt, dass man den Abstand hält. Das ist so das Wichtigste, gerade bei dieser Art von Krankheit. Wie können wir uns das vorstellen, wie ihr dort vor Ort lebt? Das war so ein Zwischending. Es war kein Hotel, war aber auch kein Zelt. Also alles ist möglich. Das war quasi eine Ausbildungspension. Das heißt, örtliche Jugendliche wurden dort ausgebildet, diese Pension zu betreiben. Das heißt, von Küche bis hin zum Zimmer reinigen, Zimmer bereitstellen. Und da haben wir uns quasi eingemietet, um da eine feste Unterkunft zu haben. Also mit vernünftigen Bett, vernünftigen Waschgelegenheiten und auch so ein bisschen, wo man sich zurückziehen konnte. Weil es ist nochmal ganz wichtig, dass man auch in so einem Einsatz, auch wenn man in einem kleinen Team fährt oder gerade, wenn man in einem kleinen Team unterwegs ist, mit vier, fünf Leuten, dass man immer mal so einen Rückzugsort hat für sich selber, um mal runterzukommen, mal durchzuatmen und auch ruhig zu schlafen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das haben wir dort genutzt. Sag mal kurz, ist die Prämisse von der Unterkunft immer die Hauptsache, nah am Einsatzort zu sein? Dafür gibt es verschiedene, ich will sagen Vorgaben, aber Aspekte, die betrachtet werden müssen. Einmal natürlich die Nähe zum Einsatzort, einmal die Sicherheitslage, dann einmal die Versorgung drumherum. Ist Wasser da, ist Strom da, ist vielleicht das nächste Krankenhaus nah dran, falls doch irgendwann was ist und, und, und. Also ganz, ganz viele Aspekte, die da zum Tragen kommen. Und auch eine Kostenfrage. Es muss ja auch meistens oder manchen Projekten oder Missionen, muss es ja auch ganz normal im Hotel bezahlt werden. Du hast wahrscheinlich alle Impfungen, die es gibt, für die Welt. Also es gibt, auf die Welt nicht, aber es gibt beim THW für Auslandskräfte die Impfmatrix. Das heißt, es gibt vorgeschriebene Impfungen, die müssen durchgeführt werden. Mein Hausarzt ist zum Glück Tropenmedizin, das heißt, ich muss einfach nur über die Straße gehen. Ist sogar noch der Nachbar meiner Eltern, den kenne ich. Insofern habe ich auch da einen Vorteil. Aber man muss darauf achten, dass die auch tagesaktuell sind. Vielleicht, um das nochmal kurz einzuordnen, weil das wissen die Zuhörenden ja nicht. Du bist wirklich gerade aus Jordanien gekommen. Ja, gestern. Also gestern. Vor 21, nee, vor wann war dein erster, wann warst du es in Sierra Leone, vor wie vielen Jahren? 2018. 2018, genau. Dein erster Auslandseinsatz. Seitdem hattest du schon mehrere Auslandseinsätze. Zählst du die noch? Ich habe sie aufgeschrieben, weil ich für jeden Einsatz auch natürlich eine Datei anlegen aus dem Rechner, um so ein paar Sachen, auch Fotos zu sortieren und Einsatzberichte etc. Also ich bin jetzt bei 16, 17, 18 Einsätzen, inklusive natürlich auch kleinere Übungen, die man mal macht. Auch drei, vier Tage oder auch Projektarbeit, wie im Irak die Ausbildung oder auch Missionen, wie gesagt, wie in Sierra Leone oder in Kolumbien oder wo war ich? Rumänien. Äh, nicht Quatsch, doch Rumänien war die Übung. Dann war ich noch in Moldau in der Botschaft, kurz nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs und so. Also ja, insgesamt 16, 17, 18 Mal. Vielleicht, um uns nochmal so ein bisschen basiswissensmäßig mitzunehmen, was ist der Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel Mentoring-mäßig als Auslandseinsatz in Jordanien bist oder auf einer Mission in Sierra Leone? Das ist dann so eine Art Projektarbeit. Das ist ein Projekt, was über mehrere Jahre läuft in den Ländern und das begleitet man. Dann hat man auch einen gewissen Vorlauf, zwei, drei, vier Monate, kann das einplanen und sagt, okay, das Projekt ist jetzt die Ausbildung der dortigen Volunteers, der Ehrenamtlichen, der neuen Interessenten. Und da weiß man, was auf einen zukommt, da kennt man die Agenda, da kennt man den Ablauf, man kennt die Leute vor Ort auch schon. Und dann gibt es die... Was machst du da? Was ist da deine tägliche Arbeit? Da bin ich tatsächlich als Trainer unterwegs, so wie hier in Deutschland auch. Wenn wir neue Interessenten haben beim THW, die müssen ja ausgebildet werden in den Grundlagen. Wie gehe ich mit einer Leiter um, wie gehe ich mit einem Generator um, wie mache ich Licht? Und genau das Gleiche machen hier im Irak, Tunesien und Jordanien. Diese Länder wollen das so ein bisschen adaptieren, dieses Ehrenamtssystem. Und da bin ich als Trainer unterwegs und versuche dann mit den dortigen hauptamtlichen Feuerwehrkräften so ein Ehrenamtssystem, so Volontiers, aufzubauen. Das heißt, die auszubilden, dass die dann im Falle einer Krise, wie auch immer vor Ort, unterstützen können. Das ist eine technische Ausbildung. Das ist eine technische Ausbildung. Braucht man eine technische Ausbildung vorab, so wie du als Heizungsbauer? Oder kann ich jetzt, die nicht so eine Ausbildung hat, sagen, ich möchte ehrenamtlich tätig sein und dort dann vor Ort die Technik lernen? Also ehrenamtlich tätig kann jeder sein beim THW. Das Auslandsgeschäft, das ist dann nochmal so eine Sache, das dauert ein paar Jahre, sich darauf vorzubereiten, auch die Lehrgänge zu absolvieren. Und natürlich braucht man für diese Traineraufgaben oder für die Ausbildung gewisse Skills, die jetzt vielleicht nicht jeder sofort mitbringt. Aber auch das ist so, dass beim THW jeder prinzipiell alles gelehrt bekommt. Das heißt, auch wenn du jetzt noch nicht irgendwelche Stiche, Bunde oder Knoten kannst, die wir als Grundlage auch haben, wird dir das beigebracht in der Grundausbildung und dann kannst du das. Und wenn du nach fünf, sechs, sieben Jahren so weit bist, dass du das im Schlaf kannst, dann bist du auch in der Lage oder könnte man dich als Auslandsexpertin sagen, okay, wenn du das zutraust und das möchtest und Englischkenntnisse worden sind, du fliegst, du hast keine Angst vor dem Fliegen, dann könntest du das genauso machen. Okay, das heißt, ich habe verstanden, was du als Aufgabe hast, wenn du da ausbildest. Was bedeutet für dich als Heizungsbauer auf Mission zu sein? Mission ist so das Unbekannte. Man hat zwar einen groben Überblick, eine grobe Information, einzig was auf einen zukommt, wie in Cialone, damals Ebola, technische Unterstützung oder in Kolumbien Waffen kaputt zu machen von der entwaffneten FARC-Organisation. Da gibt sich das dann meistens die Aufgaben und die Arbeit erst im Laufe dieser Missionen. Was jetzt genau und wie? Also das ist so ein bisschen die Unbekannte. Und dann gibt es noch die Einsätze, wo wir dann in den entsprechenden Auslandseinheiten, wie der SEWA, wo ich auch bin, also schnelle Einsatzeinheiten Wasser-Ausland. Das ist die Trinkwasseraufbereitung, wo man nach sechs bis acht Stunden nach einem Erdbeben-Tsunami überall auf der Welt hingeflogen wird, um dort in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen als SEWA Trinkwasser zu machen. Das sind dann Ad-Hoc-Einsätze, wo man zwar weiß, ich weiß jetzt, ich kann Trinkwasser machen mit meiner Anlage, aber wo und in welchem Umfeld und welche Rohwasserquelle ist absolut unbekannt. Hast du schon mal eine Trinkwasserversorgung gestellt? Im Ausland tatsächlich noch nicht. Das war mir zum Glück, weil es hat ja immer irgendwie eine größere Katastrophe als Hintergrund. Noch nicht vergönnt, ist auch gut so. Also es wird aber regelmäßig geübt mit unserer Einheit. Drei, vier Mal im Jahr trifft man sich, um diese Skills, diesen Ablauf, diesen Flow drin zu haben, dass im Einsatzfall wirklich alles glatt geht. Und wie gesagt, nur sechs bis acht Stunden, wenn man im Flieger sitzt und überall hinfliegt. Das ist, also für mich ist das wirklich so neu und ich kann mir vorstellen, für viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Das heißt, irgendwo ist auf der Welt ein Tsunami oder Erdbeben und dann gibt es vor Ort kein Trinkwasser mehr. Richtig. Und du oder wer von deinen Kameraden oder Kameradinnen fliegt hin, um dort Trinkwasserversorgung irgendwie herzustellen. Genau. Damit, weil Wasser ist eine Grundlage, damit die Menschen nicht sterben, weil sie kein Wasser zur Verfügung haben. Und seit einer grauen Zeit sorgen wir natürlich auch dann um die Abwasserertüchtigung. Das klingt schon ein bisschen verrückt, dass du eigentlich gelernter Heizungsbauer bist und was du dann für Einsätze im Ausland zum Teil liefern musst. Du bist ja dann einfach ein komplettes Multitalent da vor Ort. In solchen Situationen oder als sogenannte Auslandsexperte kann ich mich nicht nur auf mein Erlerntes versteifen. Das heißt, ich bin ein Heizungsbauer und kann jetzt nicht nur darauf warten, nur irgendwo vielleicht dort irgendwelche Heizungsrohre oder Trinkwasserrohre zu verlegen, zu verschweißen oder zu verkleben, sondern muss auch rechts links gucken. Mittlerweile bin ich auch Führungskraft Ausland, das heißt auch als Teamleader unterwegs, um halt ein Team entsprechend zu führen dort vor Ort. Aber gerade bei so einer Trinkwasseranlage muss man sich auch ein bisschen schauen, man muss sich mit der Chemie, mit der Chlordosierung so ein bisschen auskennen, dass das läuft. Man muss sich mit der ganzen Peripherie, mit der Trinkwasserauslieferung so ein bisschen auseinandersetzen und 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 und. Mit dem Aufbau, wo alles dazugehört, mit Logistik muss man ein bisschen können. Man muss auch Geldstellen verwalten. Das heißt, man muss auch ein bisschen Financial Ausbildung machen, dass man dann das Geld oder die Finanzen, die man vor Ort hat, die man auch einsetzen muss, zahlweise um Sachen zu kaufen und und und. Das sind ja alles Steuergelder, die müssen auch entsprechend verwaltet werden. Und einfach, dass du in Sierra Leone ein Röntgengerät repariert hast, das ist ja auch einfach, also das ist ja auch voll der Erfolg. Also es macht dich wahrscheinlich auch super stolz dann in dem Moment und erfüllt dich, dass du einfach ein Röntgengerät, was dann einfach gebraucht wird, wirklich vor Ort. Ich kann mir vorstellen, da gibt es nicht tausende von Röntgengeräten und Krankenhäusern und dann wird das wirklich benutzt und du hast es repariert. Richtig. Und das war so, man wusste es ja im Vorfeld nicht, bis ich dann am Tag gehörte, als ich fahren hätte dort und dann, weil du fährst dahin, pack dir mal Zeug ein, da liegt das Material. Der Röntgenapparat geht nicht mehr. Ich sage, guck dir das mal an. Ich sage, ja, ich kann es probieren. So, und dann hat das auch funktioniert glücklicherweise, hat ein bisschen gedauert, weil es war genauso warm wie hier. Ja, wir sitzen hier gerade im Dachgeschoss, hier ist warm. Tatsächlich dort geschwitzt, nicht nur wegen der Arbeit an sich, dass das klappt, sondern auch wegen der Umgebungstemperatur. Und dann, wenn man dann mitbekommt, dass es danach funktioniert und tatsächlich den Umkreis, weiß ich, habe ich nicht im Kopf, aber es sind einige hundert Kilometer, sage ich mal, wo wirklich dann diese Apparate nicht gerade extrem stark gesät sind, sondern wirklich selten sind. Und wenn dann das kaputt ist in so einem Krankenhaus, ist das schon wichtig, weil es gab ja nicht nur Ebola, sondern neben Ebola gibt es ja die normalen Autounfälle, Stichverletzungen, Krankheiten, Grippe gibt es ja auch noch weiter oder Knochenbrüche. Und wenn ich da nicht röntgen kann, vernünftig, ist das schon mal wieder für manche Verletzungsbilder schwierig zu erkennen. Du wirst doch nie wieder nur als normaler Heizungsbauer arbeiten können. Mache ich auch zum Glück nicht. Nee, ne? Das geht ja nicht. Du hast ja also diese ganzen Eindrücke, die du machst und was du jetzt alles erlebst, du wirst es doch nie wieder einfach nur ausüben können, weil du einfach so viele andere Sachen jetzt auch machst. Ja, also Heizungsbau habe ich mal gelernt. Das mache ich schon in der praktischen Ausführung lange nicht mehr. Ich bin jetzt bei mir in der Firma auch seit 21 Jahren und dort als Trainer und Dozent tätig, um in dem Bereich regenerative Energien da neue Leute heranzuführen und das auszubilden. Aber auch da kommen mir diese Erfahrungen dann zugute, wenn sie sagen, okay, weil ich auch mittlerweile Ausbildung in Englisch halte, was ich alles jetzt im Auslandsgeschäft verfestigt habe. Und das ist so, ja. Und davon kann ja auch mein Arbeitgeber profitieren. Wie oft bist du im Auslandseinsatz? Wie viel arbeitest du ehrenamtlich hier in Deutschland? Wie machst du das? Im Ausland bin ich im Durchschnitt aufs ganze Jahr gerechnet vier bis fünf Wochen. Also immer so aufgeteilt in einen wöchigen Einsatz, manchmal zwei. Dieses Jahr bin ich vier, fünf Mal weg. Es sind noch zwei Sachen, die vielleicht anstehen. Insgesamt investiere ich. Ich kann es jetzt nicht genau rausrechnen, was jetzt in Deutschland ist und was im Ausland. Jetzt liege ich da immer so zwischen tausend und anderthalb tausend Stunden im Jahr aufs ganze Jahr. Muss aber auch nicht sein. Die meisten sind dann einmal donnerstags bei uns zum Beispiel, ist bei uns Dienst. Das kann auch in kleineren Intervallen sein. Aber wie gesagt, so vier bis fünf Wochen im Jahr ist schon drin. Wie genau kommt ein Auslandseinsatz auf dich zu? Hast du einen Pieper? Wirst du angerufen? Hast du immer einen gepackten Koffer und fährst dann direkt zum Flughafen? Wie läuft es ab? Ja, genau so. Alles. Nein, Quatsch. Also den Pieper, den hat man nur auf der örtlichen Seite. Wenn ich bei mir in Zelle, wo ich herkomme, etwas zu tun ist oder zu einer Feuerwehr zu unterstützen, ist alles, was deutschlandweit oder auch weltweit läuft, ist in der Regel über E-Mail. Alle Projektanfragen kommen per E-Mail. Hat jemand Zeit? Kann man sich bewerben oder dafür irgendwo eintragen? Dann anrufen natürlich ganz klar. Hier, so und so sieht es aus. Und meistens, wenn es jetzt irgendwelche größeren Sachen sind, verfolgt man das ja schon in den Medien. Da gab es einen Tsunami, da gab es einen Erdbeben. Die Regierung hat Hilfe angeboten. Dann kann man sich schon mal darauf vorbereiten, zu sagen, okay, hier könnte was kommen. Und im Trinkwasserbereich, wo ich tätig bin, gibt es die sogenannten scharfen Teams. Das heißt, ich habe immer drei Monate im Jahr, wo ich weiß, wenn jetzt irgendwas kommt, sind wir als erstes draußen. So, das heißt, in diesen drei Monaten sind 70, 80 Prozent einer Tasche immer gepackt. Dann kriegt man vor die Abfrage, so, in diesen drei Monaten sind wir scharfes Team. Wann könnt ihr? Wer kann wann? Dass man immer ein Team von Teammitgliedern, von CEO, von Technical Experts zusammen hat, die sofort rausfliegen können. Also, da weiß ich so in drei Monaten, da könnte es passieren. Und die restlichen sechs Monate im Jahr oder neun Monate, wo die anderen Teams dann entsprechend in Bereitschaft sind, dann weiß ich, okay, wenn, bin ich im dritten, vierten oder fünften Team mit draußen. Gab es mal einen Moment, als du in einem scharfen Team warst, wo du direkt von der Arbeit los nach Hause bist und zu einem Einsatz? Nein, das war noch nicht so. Den Ad-Hoc-Einsatz, wenn man so nennen will, den hatte ich letztes Jahr irgendwann. Da ist ein Kamerad für ein Projekt, für ein begleitendes Projekt in Jordanien ausgefallen. Und ich habe dann Freitag den Anruf bekommen, ob ich nicht Samstag noch nicht nach Jordanien fliegen kann. Weil im Umkehrschluss mein Einsatz für den Irak für die Woche war aufgrund der Sicherheitslage auch gestrichen. Das heißt, ich hatte Zeit. Und bin dann halt, habe halt nur über den Schreibtisch rüber geguckt, meinem Kollegen, wie sieht es aus, kann ich morgen nach Jordanien? Er hat nur kurz geguckt auf seinen Kalender, genickt und dann war es das. Also das funktioniert. Ich war schon für Teams gesetzt, die nach Madagaskar oder sowas geflogen sind, um dort Trinkwasser zu machen. Wurde dann aber zurückbeordert quasi, aus dem Team genommen, weil dann für Moldau dieser Einsatz anstand, für die Botschaftsinterstützung nach dem Einmarsch in die Ukraine. Um auf deine Familie zu sprechen zu kommen. Wie kommunizierst du oder sprichst du mit ihr ab, wenn du zu einem Auslandseinsatz fahren möchtest? Ja, ganz klar. Also die Familie ist ganz, ganz wichtig. Der Arbeitgeber, wenn der einmal informiert ist, der akzeptiert das dann. Aber die Familie ist immer schon so ein Nadelöhr, so ein Bottleneck, wo man einfach sagen muss, okay, Information ist wichtig, erstmal wo es hingeht, was zu machen ist und, und, und. Aber mittlerweile ist es so, das habe ich auch kommuniziert und meine Kinder haben es jetzt auch so verstanden, möchte ich mal sagen, überall dort, wo ich hinfliege, wo ich sage, das mache ich, da bin ich mir sicher und da können sie auch sicher sein, wenn Papa sich das überlegt hat und Ja sagt, dann ist das auch relativ gut handelbar. Man kann nicht alle Möglichkeiten oder Gefahren vielleicht ausmerzen oder einschätzen, aber das ist ja, wie gesagt, hier auch tagtäglich kann was passieren. Das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Land zu tun, wo man ist. Natürlich das eine oder andere ist vielleicht reeller oder auch nicht. Aber solange ich sage, ich fahre, mit einem ruhigen Gewissen, machen Sie sich zwar Gedanken und vermissen Ihren Papa, hoffentlich, aber denkt man schon, aber der Kontakt ist ja mittlerweile auch gegeben durch die ganze Social Media, durch WhatsApp, durch alles mögliche Telefonate, kann man ja fast überall auf der Welt bis jetzt auch regelmäßig auch in Kontakt treten. Hast du ein Ritual, was du machst, bevor du auf einen Auslandseinsatz fährst mit deiner Familie? Erstmal, dass wir uns treffen auf alle Fälle, ein, zwei Tage vorher, dass man nochmal Tschüss sagt, das definitiv. Aber das Ritual ist dann, wenn man zurückkommt, dass man sich nochmal trifft und Eis essen geht oder essen geht oder sonst irgendwas. Also diese Familienzusammenkünfte sind ganz, ganz wichtig. Würdest du sagen, ein sehr starkes, unterstützendes soziales Umfeld ist die Grundlage für die Arbeit? Ansonsten geht es nicht. Wenn irgendwas zu Hause nicht läuft, kann man ja nicht helfen. Man ist ja nicht da. So, das muss dann schon funktionieren. Und wenn man da schon so Zweifel hat, wenn ich jetzt fliege und das könnte passieren, das könnte passieren, dann kann man nicht mit freien Gedanken fliegen und kann sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Und es hängen ja dann auch andere davon ab, wenn ich jetzt als Teamleader rüberfliege oder auch als Teammitglied und ich habe irgendwelche Probleme oder ich kann mich nicht konzentrieren. Das wirkt sich auf das ganze Team, auf den ganzen Einsatz aus. Das heißt, man muss wirklich komplett zu Hause abschalten können. Es klingt vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen, egoistisch, aber wirklich, man muss sich frei machen können von dem alltäglichen Leben dann, was man geführt hat, und umswitchen und das muss zu Hause laufen. Und das geht nicht ohne 100 Prozent Rückhalt der Familie und Freunde und so. Wie organisierst du dich mit deiner Arbeit und deinem Ehrenamt? Also weiß dein Arbeitgeber Bescheid? Musst du mit ihm alles absprechen? Wie läuft das ab? Absprechen muss man das auf alle Fälle. Es ist, wie gesagt, nach 21 Jahren, in denen ich jetzt dabei bin, ist es mittlerweile so, dass die Kollegen und Arbeitgeber schon Bescheid weiß, wenn irgendwas ist. Aber es ist halt ein, ich sage mal, ein Prozess, es ist ein Weg dorthin. Am Anfang erstmal natürlich dem Arbeitgeber Bescheid geben, dass man beim THW oder bei ähnlichen Organisationen ist. Am besten natürlich im Idealfall schon beim Bewerbungsgespräch dann gleich sagen, hier, ich habe das und das Hobby und, und, und. Dann wohl dosiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Natürlich jetzt nicht alles auf eine Kappe setzen und immer überall dabei sein. Es gibt bei uns beim THW auch die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber besucht wird, auch von den Führungskräften oder von denen länger dabei sind, von den sogenannten Ortsbeauftragten und einfach auch nochmal eine genaue Erklärung bekommt, wie läuft das ab mit dem Verdienstausfall, wie läuft das ab mit der Freistellung, dass auch der Arbeitgeber da sicher ist. Nicht, dass er denkt, okay, jetzt ist mein Mitarbeiter weg und ich habe keinen Arbeitrat hier, ich verdiene kein Geld und alles ist weg. Nein, da gibt es ja eine Absicherung und das muss dem Arbeitgeber auch die ganzen Wege natürlich aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten es gibt und was sinnvoll ist. Wenn du ausfällst fürs Erdamt, wirst du trotzdem vom Arbeitgeber weiter bezahlt, aber der Arbeitgeber bekommt nämlich das Geld wieder, also der verliert das Geld nicht. Richtig, das heißt, ich kriege ganz normal meinen Lohn am Ende des Monats, brauche mich nicht darum kümmern und mein Arbeitgeber, der bekommt dann nach dem Einsatz den entsprechenden Schriftverkehr, wo er dann alles auszufüllen hat und das geht dann entsprechend an die Leitung oder an die vorgesetzten Regionalstellen, Landesverband, was es da alles gibt und kriegt dann meinen finanziellen Ausfall quasi erstattet. Und wie ist es mit deinem personellen Ausfall? Also ich stelle es mir so vor, dass wenn du ein Teammitglied bist, auch wir gehen jetzt mal noch vor ein paar Jahren von dir aus, nicht jetzt, wo das schon so gut geklärt ist, fällt dann deine Arbeit auf deine Kollegen und Kolleginnen, die dann irgendwie genervt waren, oh Gott, ich habe jetzt doppelt Arbeit oder wie läuft es? Also in den ersten Jahren bei meinem Arbeitgeber war es auch etwas anders, etwas schwieriger. Da war ich im Servicebereich tätig, im Support oder am Telefon und auch unterwegs draußen. Und wenn ich dann weggefallen bin, dann musste die Arbeit irgendjemand anders machen. Das ist aber jetzt schon, das Auslandsgeschäft hat angefangen in einer Zeit, in der ich schon in anderen Unternehmensbereichen tätig war, das heißt als Trainer, als Dozent und nicht mehr in diesem Service-Support. Weil wenn man da wegfällt, ist es ein bisschen schwieriger. Und wie du richtig sagst, die Kollegen müssen alles abfangen. Also muss man mit den Kollegen oder Kolleginnen, mit denen man da zusammenarbeitet, tagtäglich auch Rücksprache halten. Und die müssen dessen auch bewusst sein. Und die müssen auch dahinterstehen. Und dass man dann nicht Repressalien bekommt oder Gemecker und, und, und. Das muss ja im Arbeitsklima in der Firma auch stimmen. Dass man ein bisschen was erzählt, dass die Kollegen auch wissen, der ist jetzt nicht nur unterwegs und setzt sich irgendwo hin, Deutsch gesagt, sondern dass man auch mal mehr Informationen bekommt, wie das, was man vielleicht in den Nachrichten liest, wie zum Beispiel im Ahrtal oder so. Dass man Hintergrundinformationen bekommt, aus erster Hand, damit die ganzen Kolleginnen und Kollegen auch einfach wissen, okay, das und das wird gemacht und das ist eine gute Sache. Also ich glaube, es ist zusammenfassend, also offene Kommunikation ist so oder so wichtig. Aber wahrscheinlich dann noch umso mehr, weil deine Kollegen und Kolleginnen dadurch ja auch wissen, okay, er fällt aus, vielleicht muss ich ein bisschen mehr machen. Aber du machst es ja für was Gutes. Du hilfst ja im Zweifel den Menschen oder uns allen. Und dadurch, okay, dann mache ich vielleicht die drei, vier E-Mails mehr oder die drei, vier Anrufe mehr, weil dann arbeitet man als Team. Genau. Und wenn ich jetzt neu bei einem Arbeitgeber vielleicht auch bin, dass man einfach das ein bisschen dosiert macht. Nicht von Anfang an sagt, okay, ich darf alles machen. Der Arbeitgeber muss mich freistellen und alles mit der Brechstrange durchsetzen, sondern wirklich auch reden, sagen, hier, so und so sieht es aus. Und es ist ja auch bei mir immer noch ein Ehrenamt. Und selbst wenn es dann in der Firma mal nicht passt, wenn ich sage, okay, es ist ein wichtiger Termin, eine wichtige Schulung, irgendwas, habe ich immer die Möglichkeit und das Recht zu sagen, nein, ich kann nicht wegfliegen. Es passt jetzt gerade nicht. Selbst wenn es in einer Mission ist, wo ich jetzt innerhalb von 6 bis 8, 24 Stunden irgendwo Trinkwasser wagen muss. Es kann ja sein, dass ich im zweiten, dritten, vierten Team mit rausfliege, aber jetzt passt es gerade nicht. Also diese Möglichkeit ist ja im Ehrenamt zum Glück immer gegeben. Sagen, okay, nö, geht das einfach nicht. Wahrscheinlich ist es da auf der einen Seite umso wichtiger, dass die Arbeitgeber auch Verständnis dafür aufzeigen und auch unterstützen. Und zum anderen, dass es aber auch mehr Ehrenamtliche gibt, dass wenn du zum Beispiel mal nicht in Einsatz fahren kannst, es genug Alternativen gibt von Kameraden und Kameradinnen, die dann vielleicht in dem Moment freigestellt werden und fahren können. Richtig, richtig. Das heißt, wenn man genug Personal, Backup hat, einfach nur noch zur Verfügung, wo die Auswahl auch dann möglich ist, dann kann man sagen, da habe ich auch kein Problem oder habe ich keine Gedanken, muss mir Gedanken machen. Ich kann jetzt gerade nicht fliegen, jetzt funktioniert das nicht oder, oder, oder. Sondern man hat einfach dann auch auf örtlicher Ebene Retundanz. Man hat genug Kameraden, die für einen einspringen. Genau wie es andersrum wäre, wenn derjenige ich kann. Du hast ja davor erzählt, dass es zum Teil auch intensive Auslandseinsätze bei dir gab. Also wirklich die Missionen dann. Nimmst du dir nach so Einsätzen auch ein bisschen Zeit für so Reflexionsphasen? Wie reflektierst du diese Einsätze? Holst du dir psychologische Betreuung? Also erstmal schreibe ich bei den neueren Einsätzen, also Projektarbeit, wo man schon sechs, sieben Mal das gemacht hat, jetzt nicht mehr. Aber ich führe immer so eine Art Einsatztagebuch für mich selber. Dass ich weiß, in fünf Jahren, sechs Jahren noch nachlesen kann, was ist passiert. Und jeden Tag wird ein bisschen was niedergeschrieben. Und dann sollte man sich auch Rituale irgendwo aneignen. Es gibt Kollegen, Kameraden, die lesen ein Buch im Einsatz noch. Ich habe das immer so, das wissen sie dann auch schon, wenn wir an dem Abend zurückfahren in die Unterkunft. Das erste bei mir in einem Transport, im Fahrzeug, Kopfhörer und Musik. So schalte ich da, weil manchmal fährt man eine halbe Stunde, Stunde nochmal zurück zu der Unterkunft und ich höre dann Musik. Und diese Rituale sind ganz, ganz wichtig. Ob es jetzt Lesen ist Musik, Tagebuch schreiben, irgendwas, das gehört dazu. Würdest du sagen, dass die Einsätze generell dich auch als Mensch verändert haben? Von sich selber irgendwas zu sagen, ist immer schwierig. Ich bin der Meinung, ja. Wie gesagt, man ist ruhiger, geerdeter. Man sieht viele Sachen anders, wo, ich sage jetzt mal, vielleicht der eine oder andere eher hektisch wird im Alltag, auch im TLW-Alltag, innerhalb des Dienstes, wo ich sage, einmal durchatmen, es gibt Schlimmeres. Und das gibt es tatsächlich. Wo einfach sagt, das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht und auch, wie gesagt, die Sichtweisen. Ich habe so ein Lieblingszitat von mir, was ich dann mal den Leuten auch sage, von Alexander von Humboldt. Da gibt es so ein schönes Zitat, die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben. Das heißt wirklich, ich kann mir das nicht aus Social Media oder aus Zeitschriften irgendwo holen. Ich muss die Erfahrung, wenn ich sie möchte, um mitsprechen zu können, um urteilen zu können, von dort holen. Und da habe ich sehr viel auch kulturell mitgenommen. Man sagt ja auch, Reisen bildet, aber Reisen ist ja an sich auch super teuer. Das muss man sich auch leisten können. Das heißt, die Möglichkeit auch mit dem Ehrenamt reisen zu können und ins Ausland zu gehen, ist natürlich auch eine Option für Menschen, die sich das vielleicht sonst auch gar nicht leisten könnten. Ja, tatsächlich. Also ich habe drei Kinder, die haben ja auch Ansprüche. Und der normale Urlaub, wenn man es so sagen möchte, ist ja doch sehr teuer. Das ist einfach so. Egal, ob ich jetzt im Auto fahre, fliege, mit dem Schiff irgendwas in der Richtung, da überlegt man sich das schon. Und aus dem Grund ist das jetzt für mich, wenn ich solche Missionen durchführe, ich will nicht sagen Urlaub. Also das wäre der falsche Begriff, aber es ist tatsächlich, um rauszukommen und wirklich mal was anderes zu sehen. Und ich opfere, sage ich jetzt einfach mal so, auch Urlaub dafür. Normalerweise werde ich ja freigestellt von meiner Arbeit, vom Arbeitgeber. Der muss mich dafür freistellen. Es ist aber immer ein Nehmen und ein Geben. Das heißt, für gewisse Ausbildungen, für Lehrgänge oder auch für gewisse Missionen, dieses Jahr auch schon, habe ich mal eine Woche oder zwei Wochen Urlaub genommen. Das würde ich ja für mein anderes Hobby, wenn ich das ausführen würde, keine Ahnung, für ein Fußballcamp auch machen. Da würde ich ja auch für das Hobby Urlaub nehmen. So sehe ich das genauso. Es ist ein Hobby. In anderen Ländern auch ein bisschen was zu sehen. Es ist eine Mischung zwischen, ja, bisschen Urlaub, bisschen Weltanschauung, bisschen Einsatz und sowas alles. Und wenn man da eine gute Balance hat, dann klappt das auch. Denkst du, du bist in zehn Jahren noch ehrenamtlich tätig? Also wenn es gesundheitlich, wenn das alles so weit läuft, dann auch sogar noch in 20 Jahren. Und wie gesagt, THW hat oft kein Ende, altersbedingt. Das ist dann die eigene Gesundheit, die vielleicht dann irgendwann sagt, stopp. Aber generell in zehn Jahren mit Sicherheit noch. Wie alt bist du, wenn wir es hier sagen dürfen? 48. 48, 58 bist du dann. Würdest du sagen, auch die Arbeit hält dich jünger und fitter? Also jünger, das müssen andere Beurteilen, fitter auf alle Fälle. Auch geistig fitter. Weil man sich an so viele Situationen relativ fix anpassen und mitdenken und überlegen. Und ein bisschen, ich sage mal, improvisieren oft genug. Und da wird das Gehirn sehr oft sehr angestrengt. Wenn wir weiter die Zukunft gucken, welchen Auslandseinsatz fändest du für dich persönlich nochmal richtig spannend oder berührend? Oder was würdest du doch mal gerne machen? Um ehrlich zu sein, nur solche Sachen wie diese normalen Ausbildungen, das Ehrenamt an sich in die anderen Länder zu transportieren. Weil alles andere, wenn ich sage, ich fliege jetzt einen Einsatz von jetzt auf gleich, ist immer irgendwas Größeres, was Doofes passiert. Und das möchte ich eigentlich nicht. Also nicht, weil ich es nicht helfen will, sondern ich bin froh, wenn nichts zu tun ist in der Richtung, weil dann geht es allen gut. Das bedeutet, wenn du irgendwo hin musst, ist eine Katastrophe passiert und du musst aushelfen. Richtig, in der Türkei oder solche Sachen, dann ist irgendwas passiert, was Schreckliches. Und das wollen wir ja nicht. Und deswegen können wir eigentlich froh sein, wenn wir nur so Projektarbeit machen und dort ausbilden, präventiv Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Ja, die Welt ist so groß und offen, da gibt es vielleicht noch genug zu tun. Welchen Rat würdest du Menschen geben, die überlegen, ein Ehrenamt zu übernehmen? Wirklich sich hinzusetzen, zu schauen, wie viel Zeit kann ich investieren? Wann kann ich die Zeit investieren? Einmal im Monat, einmal in der Woche, einmal im Jahr übertrieben, dann wäre es vielleicht ein bisschen schwierig. Dann schauen, was habe ich in meiner näheren Umgebung für Möglichkeiten. Es ist ja nicht nur das Ehrenamt oder irgendwelche Organisationen wie DHK, Malteser, Feuerwehr, THW. Es gibt ja auch Sportvereine, es gibt ja auch Kleiderkammer, DHK, irgendwas, wo Hilfe benötigt wird. Es muss ja nicht immer so ein großer Stil sein im Ausland. Und dann einfach mal mit dieser Organisation Kontakt aufnehmen, mal reinschnuppern, mal mit Leuten sprechen, die das schon mehrere Jahre machen. Und dann aber auch ganz klipp und klar sagen, wenn es doch nicht was für mich ist, dann nicht, ich sage, vielleicht dort das Erzwingen. Also wirklich objektiv mal reinschnuppern, so machen wir es beim THW auch. Wir lassen Leute drei, vier, fünf Dienste mitlaufen, sprechen mit denen, einfach mal angucken. Wie kann man denn deine beziehungsweise eure Arbeit verfolgen, wenn man das möchte oder wenn man dich jetzt gehört hat und sagt, ich möchte es genauso machen wie Tobias? Social Media. Es gibt, ich glaube, jeder Ortsverband vom THW hat auch einen Facebook-Channel, wo man auch mal Informationen schon mal sehen und einsehen kann. Es gibt, manche haben noch eine normale Homepage. Es gibt Instagram-Account auch von der THW-Leitung, vom Landesverband, also von den untergeordneten oder übergeordneten Stellen und, und, und. Und im Zweifelsfalle, ich weiß nicht, bei Twitter hieß es mal früher X, ist es jetzt, glaube ich, oder so. Es gibt also so viele Social Media Kanäle, wo ich Informationen sammeln kann und wo ich das auch einsätze, verfolgen kann. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und auch die Arbeit, die du leistest, sowohl im Inland als auch im Ausland. Wenn ihr noch mehr über das Ehrenamt hören oder sehen wollt, besucht uns doch einfach mal auf unserer Website mitdirfürunsalle.de. Dort findet ihr all unsere Podcast-Aufnahmen. Gleichzeitig begegnet euch dort auch eine Menge anderer Content von und mit Ehrenamtlichen. Und ihr habt die Gelegenheit, euch weitergehend zum Thema Ehrenamt zu informieren und herauszufinden, welches Ehrenamt zu euch am besten passt. Über unsere interaktive Karte könnt ihr auch ganz leicht Standorte finden der Organisationen, die in eurer Nähe sind. Denn egal, was du kannst, du kannst helfen.